Ich soll zu hier hin? Ah ok Hinter dir ist jemand Abuuu Ah jetzt ist es so, jetzt klickst du aufs Mal Ach du kack Das ist der Big Daddy Sie sammelt das Anim und er beschützt sie dafür Stoll Munition Kann ich nachladen? Drücke P um dein Spiel zu speichern Nein! P-Licht rein Guten Tag Was ist das? Einfach nur Licht Ladies and Gentlemen Vielen Dank dass ihr so zahlreich erschienen seid Na Spaß Spaß So Was haben wir hier? Gesammelt Kuchen mit Fremdfüllung Ok Wittertchen Wittertchen Ich steh über dir Es war eine vergnügliche Nacht Hm Munition ne? Ich hör noch Weifen Ich hab sie nicht angetragen Ich hab sie nicht angetragen Ich hab sie nicht angetragen Aber klar noch Ich kann warten Ich warte für Komm schon Ich will bloß reden Äh Ich muss noch in die Mechanik rein kommen Aber Ich find das schade Wenn du eigentlich Leise am Wasser siehst Verpassen wir uns mit dem Elektrobolt 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 Errungenschaft Toaster in der Keine Ahnung Vorbeigegangen Oh Kohle Und Big Daddy ist tot Kein Problem Und Darunter ne? Eigentlich war es mein Ziel um nach oben zu gelangen Ja Was haben wir hier? Ein Klo Mal was? Blätter benutzen Oh Da hat jemand Bisschen Blut gelassen Kein Problem Kein Problem Weiter Good morning Retscher Sicherheitsalarm ausgelöst Uhhh What the fuck? Soll ich das kaputt machen? Das ist mein Kind Nein Oh Ah ich weiß Oh Oh Hey Oh How the hell Feel me aus Oh 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 Die sind komisch Aber Hör auf Hör auf Mensch Aus Ja Oh 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 We have viel zu viel loss We have viel zu viel loss We have viel zu viel loss We have to medical pavilion Los Hey das ist kein gutes wir halten schon viel aus das gibt es ja nicht 17 schuss einmal nachladen und einmal fast voll naja ich will dir mal was sagen rapture ist kein versunkenes schiff das ihr plündern könnt und andrew ryan ist kein alberner salon löwe der nach der pfeife irgendeiner regierung tanzt das war's auf wiedersehen oder das wieder an dir was immer dir lieber ist die seiner das haben alle gegen mich ich bin draußen ich bin draußen was das zähle immer auf den kopf so fügst du mehr schaden zu ja aber wenn die so rumzappeln willkommen im rektor objekte kaufen hacken wir sind auf deiner seite okay wo wir das mal platten aufdecken okay und dann rohre tauschen zum verbinden ok sollte es sein wo muss ich denn hin dahin wie kann ich das drehen das geht nicht sicherheitsbord gehackt ok nice die kämpfen gegeneinander hey nichts ganz viel geld oh die stolen kugel ok man muss also auf alles schauen was leuchtet das ist wieder voll was haben wir hier notfall ein das ist jetzt das ist das ist ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher ob überhaupt noch ein mensch ist stumm gewehr dicke ums es gibt verschiedene munition und wo Schöre schritte Oh gohle Blitze Wo ist sie? Ich hab nur noch neun Schuss Jemand feind Medical Havion Ich verstecke mich nicht Was ist das? Okay Halt die Augen nach Steinmann offen Das bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingelistet Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher Es gab eine Zeit, da war ich damit Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroball triffst Wir gehen Ah, es hat nicht so gut funktioniert Die halten viel zu viel aus Zu wenig Schuss Du verfügst über Spezialmunition Okay Panzerbrecher Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Ramchur daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht Arasiten werden bestraft Oh, das läuft schon Oh mein Gott, nein Ach du Kacke, ich habe verkackt Soll ich nochmal probieren? Das ist viel zu schwierig anscheinend Ich bin Hekaru Ich bin Hekaru Ähhhhh Das ist da dahin Oh, hie quelli Oh, dreaming Noch eine rauf Einen nach rechts und das so abgeschlossen jetzt mg patron ja munitionsautomate lassen wir mal munitionsautomate das ist das noch ein tagebuch ich weiß dass der medical pavilion aber streng mal deine grauen zellen an das meerwasser ist kalt wenn die rohre nicht beheizt werden frieren sie ein und wenn sie einfrieren platzen sie und wenn sie platzen gibt es den rapture wassereinbruch mir ist schon klar dass du ein ziemlich eingebildetes arschloch bist und ehrlich gesagt es ist mir auch schlurzpiep egal was du machst wenn keiner hinguckt aber wenn rapture anfängt voll zu laufen wird der alte kasten so schnell nicht wieder damit auf dann werde ich rein persönlich davon unterrichten müssen dass er das dir zu verdanken hat wo schickt mich dieser die ganze sartin hierhin dank der möglichkeiten genetischer veränderung ist schönheit nicht länger ein geschenk oder ein wunschtraum sie ist eine moralische verpflichtung zwingen wir etwa die gesunden bei den infizierten zu leben mischen wir kriminelle mit recht schock schock warum haben wir zwei augen gibt es ein gesetz das uns dazu zwingen zwei weinen zwei ohren ich bin noch nicht fertig ich bin nicht fertig ich bin noch nicht ein weg in die chirurgie finden damit zu steilern Gott mag das drückeberger es ist nicht leicht hier unten an sprengstoff zu kommen aber wenn du ein telekinese plasmid zu in den finger kriegst könntest du diese verdammten brandbomben fangen sich wieder an den kopf werfen ist das amлет weg springen das dir im weg steht neues ziel finde telekinese In die Richtung. Also wieder zurück. Ja. Okay, also Little Sister darf ich mich nicht nähern. Es ist ein Verbrechen. Guten Abend. Einen Moment, ich muss nachhören. Lassen. Sonst noch jemand? Okay. Du, 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 du. Ist nicht schlimm. Wo schickt er mich hin? Nach unten? Nach da. Ich verstehe es nicht. Mir fehlt da so was. Ich bin schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Oh, da ist noch eins. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Verversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Was kann ich nicht nehmen? Okay, okay. Komm raus. Macht sie einen auf Ninja oder was? Ionischer Schrott.